Einen schönen Sonntagabend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei einem Doppel-Checkpot bei Lotto 6 aus 45 und zu einem Checkpot beim Joker. Am vergangenen Mittwoch hat es leider keinen Spielschein mit dem richtigen Tipp gegeben. Damit geht es heute Abend um einen Doppel-Checkpot. Im Topf für die sechs Richtigen liegen rund drei Millionen Euro. Glückstrichter und Kugeln sind überprüft und ich begrüße den Notar hier im Studio, Herrn Magister Gregor Aitler. Guten Abend. Er wird die heutigen Ziehungen beaufsichtigen. Und jetzt geht's auch schon los. Wir starten mit der Ziehung. Und die erste Gewinnzahl von heute Sonntag lautet neun. Neun. Gewinnzahl Nummer zwei ist elf. Elf. Weiter geht es mit neununddreißig. 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 Gewinnzahl Nummer vier ist 15. 15. Weiter geht es mit 33. 33. 33. Und der heutige Sechse ist komplett mit 34. 34 Fehlt nur noch die Zusatzzahl und diese lautet 4. 4 Hier noch einmal die Gewinnzahlen jetzt in ansteigender Reihenfolge. 9, 11, 15, 33, 34, 39 und die heutige Zusatzzahl ist 4. Und damit kommen wir zum Joker. Auch beim Joker hat es am vergangenen Mittwoch keine Quittung mit der richtigen Joker-Zahl gegeben. Daher geht es auch hier um einen Jackpot und um rund 400.000 Euro. Ich hoffe, Sie haben heute mitgespielt und Ja zum Joker gesagt. Viel Glück für die heutige Ziehung. Die erste Stelle der heutigen Joker-Zahl lautet 4. 4 An zweiter Stelle haben wir 2 2 3 Die dritte Stelle lautet 3 3 3 An der vierten Stelle haben wir 8 8 8 An der vorletzten Stelle haben wir 1 1 2 5 Und an der sechsten und letzten Stelle 5 5 Somit lautet die Joker-Zahl der heutigen Ziehung 4 2 3 8 1 5 1,50 Euro gewinnen Sie mit einer übereinstimmenden Stelle. 7 Euro mit 2 Stellen. 77 Euro mit 3 770 mit 4 7.700 mit 5 Und mit 6 übereinstimmenden Stellen haben Sie den Joker-Jackpot geknackt. Alle Gewinnerinnen und Gewinnerinnen und Gewinner dieser Ziehung gratulieren wir sehr herzlich. Ob und wie viel Sie heute Abend gewonnen haben, können Sie ganz einfach mit der neuen Lotterien Service-App auf Ihrem Mobiltelefon überprüfen. Anzahl und Hürde Gewinne erfahren Sie darüber hinaus im UF-Teletext auf Seite 721 aus den Tageszeitungen sowie in Ihrer Annahmestelle. Ja und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Sonntagabend und freue mich auf ein Wiedersehen bei Lotto 6 aus 45 und Joker hier in ORF 2. 8 9 9 8 9 9 10 10 11 12 12 12 13 14